21. Juni – Kindern Urlaub schenken Der Spendenlauf war großartig. Viel Geld wurde erlaufen und somit für Kinder und Jugendliche gespendet. Jetzt beginnen die vielen Ferienfreizeiten, die die Träger anbieten. In der Kirchenkreisdiakonie, in der Kinder- und Jugendhilfe, in Ferienaktionen vieler Schulen wird eingesetzt, was an Geld erlaufen wurde. Und was da alles gemacht wird. Ferienfreizeiten an der Nordsee oder an der Ostsee. Manchmal Fahrten ins Ausland. Andere besuchen einen Kletterwald oder eine Surfschule. Vielfältige Möglichkeiten, um Kindern Urlaub zu schenken. Mit 15 Euro pro Tag und Kind fördern wir Dank der vielen Spenden. Natürlich wird immer noch mehr gebraucht. Also wenn Sie helfen wollen, dann melden Sie sich doch bei der Diakonie Mitteldeutschland. Und deshalb, jeder und jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihnen Gott gegeben hat. Das war's. Das war's. Das war's.